ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play hockmann's legacy und es kann theoretisch sein dass heute das eine folge ausgefallen ist kann aber auch sein dass es passt es muss einfach zwei die auf die reihe bekommen ja schön dass ihr wieder dabei seid jedenfalls warum fällt eine folge aus sieht einfach daran dass ich an dem tag war eigentlich aufnehmen wollte in berlin war und eigentlich überlegt hatte ja ich nehme noch ein bisschen auf dann wenn wir zurück sind ich war nach der reise aber so durch dass ich gesagt habe also ich bin dann früh um vier aufgestanden oder so bin dann abends um zehn wieder zuhause gewesen erst und dass ich gesagt habe kommen ich nehme heute mehr auf ich habe mich direkt in die kiste ein bisschen nach es war schön ich war in berlin tatsächlich in einem harry potter store den ich im internet gefunden hatte und habe mir dort ein paar sachen geholt neue wettwäsche bertie botzbohnen dann habe ich mir noch den älterstab gekauft tatsächlich und ich habe mir so einen zauberstab halt da gekauft tatsächlich dass ich den an die wand komme ich werde euch demnächst noch mal irgendwie gucken ob ich noch ein foto und überzeige aber jetzt nicht immer mal bald wenn ich immer mal auf dem pc aufnehmen okay die kann man gar nicht angreifen dieses ding theoretisch war jetzt also gut ja jedenfalls sollen wir heute tatsächlich mal schauen dass wir drecke kaufen und zwar das ist so die werden dass ich brauche jetzt nicht aber tricke darauf hin wir wollen ja unbedingt jetzt eine tranquille ich finde mich zwischen warum ist es umgucken hier also diese ganzen türen die klima noch nicht auf und wir arbeiten gerade darauf hin wo kommt man die katze gut ja 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 wir wollen wir haben wir alles was das schülerherz regiert sie grün gestreifte handschuhe brauchen wir nicht so wir sollen was wollen kaufen wie kann ich heute behilflich sein was muss ich holen fokus trank und fokus trank kreuz 200 habe ich auch was verkaufen wir gerade nicht mehr sehr gut es schadet nie meine vorräte aufzufüllen warte mal kurz ich hoffe wir sehen uns wieder ja wir sind es gleich wieder ich muss kurz was machen auftrag warte 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 vocaus tragen was voll von focustragen aber ich kann doch irgendwo hast du nicht wirklich keine trickle zu brauchen k��g oder muss ich jetzt tatsächlich dafür dazu und auch nach links zurück ich gucke ich google das jetzt gerade mal schnell ok was brauche ich blöd ich die fluss gerade auch jetzt genug ich würde gerne fokus ok aber ich kann keine dritte kauf noch kaufen wie kann ich heute behilflich sein flussgras straßkötter feld rollpuppe blut egelsaft spielfang zahlen auch der toten fliegen vorfliegen habe ich mir jetzt genug glaube ich aber ich kann leider nicht maximal maximal glaube ich oder warum ich maximal doch ich hoffe wir sehen uns wie ich hoffe ich habe die maximale e-mails und testen zugleich das heißt auf jeden fall maximal brauche alle fälle kann ich heute behilflich sein eine weise entscheidung vielen dank leider aber noch nicht die kohle genug ich hoffe wir sehen uns wieder bis bei rezept für maximal track also ist man tatsächlich erst die karte karte von hochquartz was weiß ich kann aber zurück um der wünsche gehen geheime räume hier und irgendwo muss dann der raum der wünsche auftauchen da reisen wir meinen teil da ist ja unsere aufer tragen so da kann man gerade kurz so warte war keine und die wir keine aus ja ich suche eigentlich gerade die station oder ich habe ich nicht weil da muss ich jetzt hat sich zum unterricht so da schauen wir mal hier ist doch irgendwas gibt haben blätter gut dann reisen wir mal ganz kurz zum zaubertrag unterricht weil da müssen wir glaube ich was machen wo war das lehrer tor brauche ich süd ausgabend hochwurz krank flügel lehrer tor zaubertrag unterricht ist wahrscheinlich im keller wahrscheinlich oder süd ausgabend hof des urentums krank flügel krank flügel große halle ich brauche doch ich suche eigentlich warte mal ich suche eigentlich jetzt hier bibliothek gewächshäuser haupt halle zaubertrag da wollte ich hin da wollte ich hin so warte mal jetzt muss ich gerade gucken wo der raum ist ist das der doch eigentlich schon ja oder ja genau ich will eigentlich gerne einen zaubertrag brauchen schauen warum sollte ich diese aufgaben abschließen professor weasley bat uns zeit zu investieren damit sie zu ihren mitschülern aufschließen können und bevor ich ihnen die pulso beibringen muss ich wissen, dass sie damit umgehen können. Aha. Das war der. Da wollte ich hin. So, gucken wir mal. Was brauchen wir denn? Edo ist dran. Okay. Das muss ich mir dann mal aufschreiben. Oder beziehungsweise... Fehlende Zutaten. Ich muss also dann nochmal zurück zu unserem... Warte, warte, warte. 30 Sekunden. So, die Sachen kriege ich ja wieder bei... So, Hedorus-Trank, Maxima-Trank. Den können wir schon mal machen. Fokus-Trank brauchen wir, glaube ich, noch. Genau. Ich warte jetzt mal eine Sekunde gerade, weil ich will die ja, muss sie ja testen. Da können wir theoretisch versuchen, die Aufgabe schon abzuschließen. So, aufheben. So, was wollen wir noch? Felix Felicis, Maxima-Trank haben wir. Fokus-Trank. Ich muss tatsächlich erst mal den Zauber-Trank kaufen. Wahrscheinlich müssen wir dann erst mal trotzdem Aufgaben machen. Aber wir können zumindest den zweiten Teil, den Maxima und den Edorus, können wir machen. So, ich muss nochmal zurück zum Mr. Dings. nach Hux-Meat. Ich muss nochmal Zauber-Trank kaufen. Ja, ja, eine Arschwilderin und... Und Straßenküterfell. Oh, das sind Truhe. Ja, und kleiner Tipp. Diese Truhe könnt ihr folgendermaßen aufmachen. Sollte eigentlich funktionieren, oder? Sollte eigentlich jetzt aufgehen. Okay, eigentlich solltet ihr jetzt, wenn ihr die unsichtbar seid, aufgehen. Eigentlich. So. Also, zurück zu uns, nach Hux-Speed. Wollen wir hier? Ach so, nur um was. Aufgabe, okay. Warte mal, ich muss mal kurz zu Mr. Pippets. Ich muss nämlich noch mal Sachen kaufen. Scheiße, es geht doch jetzt ein Eier einer Arschwinderin kaufen. Also, zu einem, wo drin kriege ich die Aufgabe? Also, wir sind Heiltrinke sind unsere Spezialität. Ja, ja. So, kaufen wir. Wie kann ich heute behilflich sein? So, Eier einer Arschwinderin. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und, ah, Straßenküterfell. Gut. Wir brauchen uns wieder. Bis bald. Jawohl. So, wir brauchen leider nichts. Wir brauchen das. Das heißt, wir hüpfen mal kurz zurück zur Zaubertränke. Warte mal, das war doch hier unten irgendwo. Ah, sagen wir oben. Ja, genau. Also, keine Sorge, das war doch noch definitiv. Aber wir werden jetzt erst mal diese beiden machen. Dass wir die erste Aufgabe abschließen können, weil ich gerade nicht das Geld dafür habe, um, äh... Warte mal, hier. Genau, da wollte ich jetzt noch. So, dann werden wir jetzt noch den... Das riecht... Den sitzt aus, als hätte ein Papier da reingeschmissen. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der fertig ist. Und dann haben wir sie. So. Ihr macht. So, jetzt sollen wir sie testen. Inventar, warte. Gut, Ressourcen haben wir hier, ohne Ende. So. Aber wir brauchen den Fokus-Trank, brauchen wir tatsächlich noch was Zeugs. So. Gut. Äh... Inventar... Was ist denn jetzt? Warte, irgendwo war das doch... So. Ja, aber ich hoffe, wir testen... Ich habe noch so viele Aufgaben tatsächlich... so mit rollpuppe kommen wir kaufen theoretisch gegner das wäre auf jeden fall danach machen die anspruchsvolle lieferung das war oder der nächste episode wenn wir dafür geld kriegen dann kann man vielleicht den track machen kann man die vielleicht sogar zusammen aufschießen gut also ich muss jetzt gerade gucken wo meine dings ist heute über meine tränke sind tierwesen ressourcen ausrüstung ausrüstung zauberstauk oder warte mal wo sich die ja ja die pulso beibringen muss ich wissen dass sie damit umgehen können alles klar warte mal natürlich so rezept wird ihr gesagt ausrüstung Was ist das? So, das ist der Erste. Was war das Fokus? Aufgabe erledigt, gut, eigentlich brauche ich noch einen Fokustrank zu beschaffen. Gut, ich würde sagen, wir machen zurück zu Olivena, äh, Quatsch, zu Olivena, zu Pippin. Und dann geht's. Und dann machen wir damit mit der Episode und machen wir dann weiter mit seiner anspruchsvollen Lieferung. Und, äh, ja, das ist dann quasi der große Teil, was wir nichts haben. Wir müssen nämlich Geld verdienen, um den Fokustrank zu machen. Und, äh, ja, ja, ja. Wir müssen die zweite, hab ich die gerade jetzt verpasst, oder was? Das war der Gedanke dahinter. Sammlerhandbuchseiten in Hogspeed. Zwei gibt es hier insgesamt. Gut. Ich würde sagen, wir machen keinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Hogwarts Legacy. Und dann machen wir weiter mit der anspruchsvollen Lieferung. Bis dann. Tschüss.